Dieses großzügige Einfamilienhaus bietet viel Raum und befindet sich in einem stetig gewachsenen Wohngebiet in Wagam ob der Zresen, unweit von Treismauer, Herzogenburg und Krems. E.G. Vorzimmer, Küche, W.C., Abstellraum, ein weiteres Zimmer. O.G. Wohnbereich, Balkon, zwei Zimmer, W.C. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Remax. Wir geben Ihren Träumen an zu Hause.